Hallo, Willkommen zurück zu Classified France 44. Wir sind bei U-Boot Bunker anzugreifen. Feindstufe 1, das wird insane. Deswegen habe ich mich entschieden, den guten Alami mitzunehmen, weil mit dem sein Maschinengewehr, das ist einfach nur zu gut. Ich glaube, das brauchen wir hier. Genau, ansonsten King, Bélanger, Martino, Go. Oh, äh, Go. Ja, und diese letzte Mission, wo man auch so Schwierigkeiten hatte, das war auch Feindstufe 1 und... Ja. Ein U-Boot Bunker. Wir müssen gucken, wir dürfen uns nicht in die Zangen nehmen los. Das geht, geht, geht gar nicht. Wir müssen hier drüben. Wir brauchen drei clean charge placements, um das Ding richtig zu halten. Okay. Aber... Okay, hier ist die Tür, hier nicht. Hier ist Anna... Ach Gott, guckle ich das mal an. Oh Gott. Oh Gott. Da müssen wir uns irgendwo zurückziehen. Ähm... Gehen wir hier raus. Hier müssen wir was machen. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Die kommen dann... Hier haben wir mal die Deckung. Du hast voll die Deckung. Da eventuell. Aber das war's dann. Komm, hier machen wir es hier schon mal weg. Hier stört. Der macht Aua. Den können wir nicht killen. Äh... Ja, der hat einfach einer Simon. Okay. Hier können wir auch nicht. Da kommen die von da und von da. Das geht gar nicht. Da oben ist jemand. Und... Das ist ein Zwo. Woah. Moment. Geht du mal. Geht du mal hier hin. Okay. Ähm... Hier macht du mal nix. Oh. Hm. 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 Und das so eventuell. Hier ist zwar Tür, aber... Hier hört's dann auf. Das könnte mal eventuell... Der geht weg. Das ist gut. Das ist egal. Das ist eher schon mal. Hier müssen wir was machen. Der muss weg. Definitiv. So... Spontan würde ich hier fast sagen... Hm. Spontan würde ich fast sagen... Dass wir uns hier verschanzen. Weil die müssen dann eigentlich von da oben kommen. Okay. Ein paar können das hier rum versuchen. Aber vielleicht gehen sie... Das ist da oben. Das ist da oben. Das ist da oben. Ich hab da mal am besten Chance. Weil hier sitzt... Wenn die von... Wenn die von... Wenn die von... Wenn die von da... Und kommen die von da... Und kommen die von da... Und dann haben wir... Probleme. Und... Das will ich nicht. Verständlicherweise. So... Kommt wo... Mit... Der ist ja schon mal egal. Der guckt nur seine Richtung. Und ja... Wir müssen da... Dingsmacher... Ich glaub... Na gut... Hier geht weiter. Und... Wir machen mal... Patrouillengeschwindigkeit an. Oder hoch. Na ja... Gut... 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 So... Der dreht sich immer nur rum. Das ist in Ordnung. Oh... Da hin... So hin sind Leute. Genau... Dich will ich. Kannst du... Dann die Kille... So... Dann haben wir nur noch einer. Das ist halt schlecht. Nicht... Moment... Äh... Genau so... Ja... Hier ist eine Tür... Da ist offen... Okay... Dann haben wir noch... Schämen... Können wir uns so... Durchschleichen? Ne... Durchschleichen können wir uns nicht... Alarmi... Wo... Wo will ich dich hin? Also hier auf... Keine Fall... Weil da kommen so von... Von dort... Das will ich nicht... Alarmi... Eventuell hier... Oder hier... Oder hier... Hier... Dann kann er eventuell noch... Darin schießen... Ich hoffe... Das ist ein guter Plan... So... Wie kille mal denn... Dahinter rum... Das ist eine Tür... Das ist eine Tür rum... Ja... Macht sie das? Ja... Wieso nicht? Ja... Kann ich mir helfen? Ja... Passt... So... Kann ich mir helfen? Hallo? Achso... Du musst du aufmachen... Haha... Ja... Türe öffnen wäre nicht schlecht... bevor man durchgehen kann... Kann ich mir helfen? Woher das Sünderkenner ist... Haha... So ein Schreich... Nein... Das nicht... Aber im Hintergrund haben wir schon... Was gehört... Dass da was ist... Okay... Geh du hier hin... 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 Haha... Das könnte man dann auch anders machen... Aber ich weiß es halt nicht... Hä? Hä? Hier sind sie wohl ganz kurz genug... Ach... Da müssen wir sind... Okay... Ja dann... Ähm... Ja... Das letzte... Ich bin nicht... Da würde ich sagen... Das ist unsere einzige Taktik... Lass sie zu uns kommen... Oh ja... Das sind ein Haufen Punkte... Ein Haufen... Dinge... Haha... Okay... Äh... Ja... Ah... 14... 13... Das ist eigentlich egal... Kommt sie erst mal hier hin... Das war es eventuell dumm... Aber... Gucken wir mal... So... Und dann... Lass uns gehen... Ich bin in die Position... Ich bin in die Position... Ich bin in die Position... Ja... Der Dupleinspot ist halt doof... Aber... Soll ich sie machen... Noch kommt keiner... Oh... ist auch schon noch so befehls vorliegen das ist ein bisschen so Martin die Stuhl die Stuhlen hier hat die Mühe Ich hoffe, die Taktik ist gut. Naja, da kommt schon einer. Da geht die Tür auf. Da ist einer. Oh, Maddy. Oh, was? Das nächste Feld, wo wir alle den sehen. Schweinehund. Na gut. Bis jetzt sind es hier nicht so viele Feinde. Okay, noch einer. Ja. 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 Oh, oh. Ja. Ja. Der hat jetzt die Dings-Grid. Och, trefft sogar. Cool. Wow. Der hat direkt gekillt. War nicht schlecht. Oh, 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 ja, ja, da kommen viele Feinde. Oh Gott. Ich habe ein Target. Wow. 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 Ähm. Ähm. In dem Moment Hüftfeuer. 55%. 80%. 22. Oh ja, okay. Nichts dagegen. Okay. Oh, oh, oh. Ja. Nichts dagegen. nachladen und schon ein paar gekillt die 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 der gut was leicht sich die hier hin Das ist ungut. Verdammt, hier sind so viel. Sind doch jede Menge. So, warte mal, was kannst du machen? Das hier. So, bringt uns eine Granate irgendwas. Fast, denn dann wird es fast Kille. Das ist ein Kriegsmarine-Kriner, Team, Schwerer, Soldat. Ah, wieso zahlt es bei den Dorken an? Das kann schon du machen. So, ein typischer, schwerer Soldat. Das wäre a kill. Pionier. So, was machen wir mal mit dir? So, was machst du überhaupt? Eventuell denn eine Kille? Eigentlich hätte ich lieber Overwatch mit dir. Ja, das bringt mal am meisten kannst du eventuell. Ja, das killt denn nicht. Das ist das Problem. Das sind meine 90%. Schaden 2. Hä? Ich muss mal mir nur Schaden 2. Ach ne, der macht so viel Schade. Ich würde sagen, wir müssen uns eher um Dänne kümmern, oder? Du. Der macht ein Erdrückungsfeuer. Du mal, ich könnte eine 2 Granate dänne kill. Das wäre Verschwendung. Ja, machen wir mal so. Das ist gar nicht schlecht. So, was mache ich mit dir? Ich würde dir lieber das du mache. Ah, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Ist ein Befehl Backup. Ja, Befehl Hammer. Dann würde ich sagen, wir gehen hier auf Nummer Sicher. So, ganz einfach. Der ist dann kaputt. So, wir erteilen hier Befehl. Ja. Overwatch. Und... Ah, es gibt so eine... Werde eine flankierte, mache es so wenig Schade. Ja. Nur Moralschade. Wow. Wow, das war gut. Oh Gott, das sind immer noch... Oh, ne. Noch ein Medi. Okay, das sind doch mehr Soldaten als... Viel mehr. Fang es sichern. Okay. So, warte mal. Was? Das macht kaum schade. Ja. Ende 20%. Ja. Z. Warte mal. Ja. Das war... Warte mal. Gibt es doch nicht. Warte mal. Warte mal. betäubt, ok Ja, gut, toll. So. Gut, 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 gut. Noch einer. Oh, das ist der Offizier, oder? Äh, immer nur den Tod, okay. Ähm. 80% auf der Hünder, das ist gar nicht so schlecht. 100% auf Dänne. Das ist natürlich geil. Krit 100%. Ja, wunderbar. Kannst du eher noch... Sag mal, Befehl. Da könnte man doch wieder eine Ausschalte. Was ist denn das? Tür öffnen? Ähm, nö. Ne, was? Was ist das? Zweiter Wind, das brauchen wir jetzt nicht. So, was machen wir? Befehl. Und auf Dänne schieße. Da könnte beides machen. Okay. Das ist schwer. Warte. Und so, wieso eigentlich nicht? Oh, oh. Was ist da hin los? Verstärkung. Jawohl. Was ist denn wirklich? Ich kenne da. Ich kenne da was. Ich kenne mal da was. Ich kenne mal da Alarmie. Ja, tu mal. Nicht gut. Ähm. Was kann hier besorgen? Ja, sehr schön. Ohm. Sie greifen meine Flanke an. Sehr schön. Ok, 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 ok. So, dann kommen wir... Dings, soll mal jetzt hier schon ein paar Bombeplatz hier. Könnt mal eventuell... Komm, ich komm jetzt können. Ja, drin sind drei, das ist gut. Die brauchen ein bisschen, bis sie bei uns sind. Ich denke, das kannst du schon machen. Ja, das ist hier keiner. So, die lassen wir mal bei uns kommen wieder. Und Alarmy. Dann nutzen wir das Mad-Kit hier. Dann kommen wir zurück. Ich kann nicht nur laden, dann bleibst du sie erstmal da. Das alles dauert noch ein bisschen. So, die Moschee, du hin und hin. Oh mein Gott. So, du kommst dann bald zurück. Oh, 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 diesen... Oh. Oh, du bist noch einer. Das ist ungut. Die sind doch schon da. Genoa Tempo hingeliebt der Doktor teilt jetzt so hin rum so Alami so da müssen wir jetzt aber Befehl raushauen weil ich will jetzt ganz definitiv auf 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 das ist schon gut die Müllkender nein 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 das ist schon gut so ähm da will keiner kommen dann komm zu dann weite ich auf euch ich hab Zeit ich hab die dort Taktik ist so geböscht ok ja wenn immer nur drei Leute kommen ist das ist das ok das gibt's doch nicht hier so tun sie muss noch auch ein paar Dinge machen so war das jetzt alle oder nee definitiv nicht da kann ich da kann ich oh ne oh Mist das ist nicht gut uh das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut Gesundheit Moral okay da können wir mal eine Breche Gesundheit 9 ähm keine gültigen Ziele 46% das kann ja wohl nicht sinn eben hoffen en soto du behandeln insofern sie ist nur alles gut um meine Flanke ist offen stark bleiben, weiterkämpfen die kann man auch laden ok ja da können wir hinkommen da ist keine Tür eben ist da oben auslösen der Sprengung ist bald wow nicht gut so warte mal sehr schmol ach das war ein Fehler ich hätte nur noch gucken ob mein Dings schon das ist ein bisschen ohne ich hoffe das passt so oh nachladen ganz dringend oh ja noch ist es kein victory oh ja alle Mann auf Aufstation oh ne das war ein guter Move oh oh okay das nur 2 3 bleiben dir du kann ich euch jetzt nicht gebrauchen oh Moment da so ein Offizier what nein doch oh Gott so Moment ähm so warte mal Kantstunden wir müssen mal gucken ob man noch ein Befehl machen könne ich habe keine Ahnung ob das Sonne zu gefährlich ist ähm ich wünsche dass du treffst wenn wir können wir noch ein Befehl geben aber am besten ihm darüber so du machst erst mal das hier ja ich würde sagen dir geben wir mal ein Befehl das ist Sonne das ist Sonne das ist Sonne das ist der nächste Album okay so du treff bitte okay heilt sich selber die sau na gut geht ohne äh nein oh oh die rechte paar granate hätte dass du jetzt das paradies Alter, wieso ist sie nicht die nicht? Offizier. Ach, scheiße, okay. Okay. Ich denke! nicht okay kommen ein an einen einen Bohnen bei die drei Prozent uns natürlich nicht trug könnt ihr nur bitte kommen Sani ist dabei Ok, noch weniger. jetzt so nun am besten wird sind wir nicht hier komplett die biege Mauer wo muss ich hin hin, hier muss ich hin das bedeutet ja bis noch da umtuell gebe ich mir ein Befehl Mann, die kann ich jetzt nicht, okay wenn ich so eine Feuerwehr drin hätte was machen die hier so, warte mal Alarmi, kann Stuhl eventuell hier hin ach scheiße mehr, die können ja mitte Messer nennen ich schaffe das ich schaffe das ich schaffe das ich schaffe das der haut ab so die können beide nichts machen greifen ach Gott, das gibt's noch nicht, eh wir müssen doch weg, wir müssen die 2 Kilo und dann Nichts wie ab. Hm. Die macht da immer viel Messer. Schade. Was ist denn mit dir? Wie kann ich die am besten killen? Fähig hier. Okay. So. Jetzt kann man eigentlich noch mal... Ja, die macht da... Oder soll ich zweimal mit dem Messer rangehen? Hallo? Ich hab doch noch jemand. Feinde mit Sprengstoff eliminieren. Oh Gott, dass wir auch noch sowas gewinnen. Oh Gott. Okay, ich glaub, wenn wir das einfach nur Rückzug machen. Und Overwatch. Oh nein. So, warte mal. So. So. Ähm. Da hinten ist noch was. Wir müssen uns mal ein bisschen ran tasche. So. Okay, warte mal. Hm. Hm. 100%. Okay. 61. 61. Kann. 9. Da kann ich mal Lami hin. Wo kann ich mal Lami hin? Hm. Das bringt mir jetzt nicht viel. Ich hab noch Befehl. Ich hab noch Befehl. Ähm. So. Okay. Ähm. So. Jetzt muss der Alami muss irgendwo hin, wo er. das ist aber nur hin, ne. Oh Gott. Das ist aber nur dahin, ne. Kann auch nur nicht immer, weil er nicht sieht. Drei, dreißig Prozent. Ah, gut, dass er in Rollerat muss. Hm, ist noch okay. Oh ja. Oh ne, stimmt, oh ne. Uh, nicht gut. Nee, nee. Uff. Ich hasse euch, ich hasse euch. Das hat kein Wert. Ach, nö. Und so, wir müssen uns weg. Das hat jetzt gewehrt. Ähm. Lami, kannst du eventuell hier... Ja. 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 Ich muss weg. Ja. 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 Aufmouvement! Aufmouvement! Ich bin in Position! Moving! Ei, 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 ei! Guck, wie viel Amor die alle haben! Was gibt's denn denn? Und sie treffe immer! Und mir treffe nie! Aufmouvement! At your service! Aufmouvement! What do you need? Moving! My magazine is almost empty! Aufmouvement! I have to reload! Moving out! Okay... Ähm... Ja... Das muss man nur gucken, dass man irgendwie wegkommt! Natürlich! Ja, heilt die noch! Oh, nee! Folgendes war da viel zu lang! Verdammte Axt! Aufmouvement! 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 Ja, ja... Du hast Nachzulader, aber... Du kannst momentan nicht! Ich bin bereit! Moving out! Dann können wir jetzt am besten hier lang... Ja, irgendwie... Moving! Oh? Ähm... Joa... Gut, dauert jetzt halt noch ein bissl, aber... Mir flüchtet jetzt hier schon so... Äh... 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 Diese... Dieses blöde Befehlsding... guter soll uns nicht ziehen so warte mal um so dann kannst du hier hin so die befehl haben wir uns nur offen müssen wir jetzt in die sprengtüren die sprengtüren öffnen wo macht man das dort im gerät ok hay 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 dass es irgendwie möglich wäre könnte man jetzt irgendwie noch auf dem rückweg machen alles vorbereitet 11 mehr kämen munitionen wie so du könntest in deckung was ist denn mit dir ganz oder man möchte außerhalb von der ihrer sicht das ist wahrscheinlich wichtig so dir müsste ich glaube ich nur befehl das ist wahrscheinlich jetzt angesagt mannix sieht befehl auch 5 ap super du kommst am dünste hierhin und du gehst komm schon auch hierher hierher ok ich hatte nicht so hui reich ne ne okay hui reich weiter alles gut alles gut ja außerhalb von der Sicht dann können wir so uns nichts ok gleich haben wir es um uff alter das war Mission mit uns der Entschel Federer die wir mal gemacht haben denke ich wir haben uns zu lange aufgehalten mir das solle wie immer mal Luft hat uns gleich direkt schon vorwachen keine Ahnung dass da umlaufende Bandverstärkungen kommen aber dieses fest verbarrikadieren in dem Ende Gang das war wohl das richtige das war wohl das richtige das war wohl das richtige aber na egal. Ein Helm, eine Arsgeierpistole. Ja gut, der hat einen Moralschalter. Ja, okay. Gut, ich, ja, das nehme ich, das nehme ich. Das könnte sehr übel ausgehen. Ja, okay. Das könnte man nicht vermeiden. Ja, das können wir aber reparieren, kein Problem. Das ist nicht so schlimm, da holen wir mal noch nichts. Wähle eine radikale Mission zum Stärken aus. So, da haben wir noch nichts. Hier haben wir auch noch nichts. Ne, das ist, ist, ist das? Ach nee, stimmt, das ist ja, wir müssen hier eine radikale Mission auswählen. Eisenbahnfeindfiguren erhöhen die Tageskosten für Missionen nicht. Ja. Und so hier geht es doch an. in dieser Region. Die Antipartizane Werte haben angefangen, um zu schlippern und zu schlippern. Ja, 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 ja. Was können wir denn machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gäbe es uns aber richtig. Gut. Operation Mabel. Mienenleger. Nee. Nee, sicher. Ermüdung kann ich jetzt nicht brauchen. Sorry. Kann ich jetzt nicht brauchen. Oh Gott. Mir war es so gut. Und jetzt. Okay. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wir müssen uns gucken. Was ist denn das hier? Ich will wissen, was wir da machen können. Okay. Beim nächsten Mal geht es weiter. Mir müssen irgendwas wieder herstellen. Eventuell. Eventuell das. Das dort. Eventuell. Und dann. Sieh mal weiter. Ja. Also. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Bye.